Anfang Juli 1993 fährt Datuk Maslan Idris, ein Abgeordneter des Staates Pahang Batuta Lam, zum Haus der Schamanin und gescheiterten Popsängerin Mona Fendi und ihrem Ehemann. Idris möchte an einem schwarzmagischen Ritual der Schamanin teilnehmen, um dadurch seine politische Karriere anzukurbeln. Er wird nicht nach Hause zurückkehren. Bitte liked das Video und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 37-jährige Masna Ismail aus Pahang, ihrem Publikum besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Mona Fendi, träumt schon lange von der großen Karriere und vor allem von dem damit verbundenen Reichtum. Nachdem sie in ihrer Jugend als Wasserballetttänzerin aufgetreten ist, möchte sie ihre Bekanntheit durch eine Solo-Karriere steigern. Sie versucht sich als Sängerin, doch während einer ihrer Songs einen recht hohen Bekanntheitsgrad erreicht, verkauft sich ihr Debütalbum mit dem Titel Diana nicht annähernd so gut, wie sie es sich erhofft hat. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung mal zwei ihrer Songs, falls ihr reinhören wollt. Mona und ihr Mann haben mehrere gemeinsame Kinder. Außerdem hat sie noch ein oder zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Sie brauchen dringend mehr Geld. Nachdem Monas Musikkarriere nicht ins Rollen kommt, versuchen sie und ihr Mann, ihren Lebensunterhalt als Schamanen, in Malaysia Bomo genannt, zu verdienen. Die Bomo stehen in dem Glauben, neben Heilungen und Zaubersprüchen auch schwarze Magie praktizieren zu können. Große Anteile des Volkes sind damals genau wie heute fest überzeugt von ihren Fähigkeiten. Mona selbst erlernt ihre Kenntnisse von einem Bomo aus der Gegend, dessen Vertrauen sie bei ihren vielen Besuchen bei ihm gewinnt. Es macht schnell die Runde, dass Fendi und ihr Mann nun auch als Bomo praktizieren. Und sie haben durch Monas Kontakte in die Unterhaltungsbranche oft Kunden, die über Geld verfügen. So ist es kein großes Wunder, dass Maslan Idris das Paar aufsucht, um seine Karriere mittels eines Rituals anzutreiben. Bei einem Treffen zuvor hat er von Fendi bereits zwei Talismane erhalten. Einen Stab und ein Spatmi, ein traditionelles Amulett, von dem Fendi behauptet, dass es dem früheren indonesischen Präsidenten Sukarno gehört habe. Sie sagt, wenn Idris diese beiden Talismane trage, sei er völlig unangreifbar. Und sie verlangt dafür rund zweieinhalb Millionen Ringgit, über eine halbe Million Euro. Idris vereinbart mit Fendi, eine Anzahlung zum nächsten Treffen mitzubringen, bei dem auch ein schwarzmagisches Reinigungsritual durchgeführt werden soll. Auf dem Weg zu Fendis Haus stoppt Idris noch bei mehreren Banken, um das geforderte Geld abzuheben. In Fendis Haus übergibt er ihr die vereinbarte Anzahlung von 500.000 Ringgit, was über 100.000 Euro sind. Fendi sagt ihm daraufhin, dass er einen Teil des Betrages bereits beim Ritual zurückbekommen würde, da es dabei Geld auf ihn regnen würde. Außer Mona und ihrem Mann ist der 23-jährige Juraimi Hassan beim Ritual anwesend. Er lebt im Haus des Paares und assistiert Mona hin und wieder bei ihren Praktiken. An dem Tag, als Maslan Idris sie aufsucht, ist er von Beginn an eingeweiht und weiß, was das Paar plant. Für seine Mithilfe bei der Ausführung soll er einen Anteil des Geldes erhalten. Nach der Vorbereitung der Zeremonie erklärt Mona Maslan Idris, wie das Ritual ablaufen soll. Er müsse sich mit geschlossenen Augen auf den Boden legen, während sie Blumen auf ihm arrangiert und dabei darauf warten, dass der Geldregen einsetzt. Idris befolgt Monas Anweisungen. Er vertraut ihr voll und ganz. Während sie und ihr Mann das Ritual beginnen, tritt Juraimi wie zuvor mit den beiden besprochen. Mit einer Axt an Idris heran. Weder Monas Fähigkeiten noch die ihres Mannes reichen offenbar aus, den Mord mittels schwarzer Magie zu begehen. Idris, der sich während des Rituals völlig entspannt und nichts ahnt, wird von Juraimi mit einem Axtieb in den Hals getötet. Danach trennen die drei Idris Kopf vollständig ab und häuten die Leiche zum Teil. Sie entfernen die Organe und zerlegen den Körper in 18 Teile, die sie unter dem Rohbau von Fendys neuem Haus in der Nähe vergraben. Am 2. Juli wird Maslan Idris von seiner Frau, Datin Farida Sainuddin, vermisst gemeldet. Offenbar hat er seiner Frau nicht erzählt, wo er hin will, denn sie kann keinerlei Hinweise auf seinen möglichen Verbleib geben. Die letzte Spur, die die Polizei von dem Mann findet, sind die Geldabhebungen bei den Banken. In den Tagen nach dem Mord unternimmt Mona Fendi mehrere Shoppingtouren. Sie kauft sich unter anderem einen Mercedes. Außerdem lässt sie sich liften. Niemand scheint sie oder ihren Mann zu verdächtigen und sie wähnen sich in Sicherheit. Doch Mitte Juli wird Juraimi Hassan plötzlich von der Polizei festgenommen. Nicht wegen des Mordes. Die Polizei hat immer noch keine Spur, was Maslan Idris zugestoßen sein könnte. Hassan wird festgenommen, da er im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. Doch dies teilt ihm die Polizei bei seiner Festnahme nicht direkt mit. Deshalb ist er in dem Glauben, dass er im Zusammenhang mit dem Mord verhaftet wird. Als er von den Ermittlern befragt wird, räumt er ein, zu wissen, wo sich die Leiche von Maslan Idris befindet. Die Polizei ist verblüfft von dieser unerwarteten Aussage. Es dauert nicht lange, bis Hassan weitere Details verrät und die Planung der Tat durch Mona Fendi und ihren Mann beschreibt. Nachdem die Polizei am 22. Juli die Leichenteile unter dem Rohbau findet, mit Zement versiegelt, wie Juraimi es beschrieben hat, werden auch Fendi und ihr Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Durch ihre Tat bekommt Fendi mehr Aufmerksamkeit von den Medien als jemals zuvor als Sängerin. Die Fernseh- und Zeitungsnachrichten übertreffen sich täglich mit neuen skandalösen Enthüllungen über die Täterin. Es geht sogar das Gerücht um, dass sie und ihr Mann das Gefängnis zwischen den Gerichtsterminen verlassen dürfen und beim Feiern in der Stadt gesehen worden sein. Natürlich lassen die Gefängniswärter das Paar nicht zwischendurch einfach so frei. Da die Täter aber für ihre schwarzmagischen Fähigkeiten bekannt sind, beginnen sogar die Gefängnismitarbeiter, den Medienberichten zu glauben und vermuten, die beiden könnten mittels ihrer Fähigkeiten nach Belieben das Gefängnis verlassen. Warum sie dann allerdings freiwillig zurückkommen sollten, scheint sich niemand zu fragen. Die Sache wird so ernst genommen, dass sich schließlich der Direktor des Gefängnisses, Datuk Omar Mohamed Dan, einschaltet. Er bittet darum, dass Monas Mann, Mot Afandi, ins Verhörzimmer gebracht wird und weist die Wachen an, ihm die Handschellen abzunehmen. Zuerst machen sie sich Gedanken, den Täter ohne Handschellen mit Omar alleine zu lassen, doch er setzt sich durch. Durch das Abnehmen der Handschellen möchte er Afandis Vertrauen gewinnen. Er bietet ihm einen Drink an und beginnt, sich mit ihm zu unterhalten. Nach einer Weile fragt er ihn direkt, ob er die Zellentüren geöffnet habe. Afandi antwortet darauf, dass er in der Tat bereits Zellentüren geöffnet habe, aber nur die, die von den Wachen nicht verschlossen wurden. Omar gibt zu, dass er über die Antwort lachen musste. Auf direkte Nachfrage, ob er also keine verschlossenen Handschellen und Türen öffnen könnte, antwortet Afandi mit Nein, Sir. Dies bewegt Omar dazu, ihm zu glauben und die Geschichten über das Verlassen des Gefängnisses als Nonsens zu verbuchen. Jedes Mal, wenn Mona Afandi zu ihren Gerichtsterminen erscheint, posiert sie übertrieben lächelnd und fröhlich vor den Kameras. Sie ist dabei immer geschminkt und trägt täglich wechselnde, als extravagant beschriebene Outfits. Sie genießt es sichtlich, gefilmt und fotografiert zu werden und winkt den Schaulustigen, die regelmäßig erscheinen, wenn sie ins Gericht gebracht wird, fröhlich zu. Dass viele aufgrund ihrer angeblichen Fähigkeiten als Bomo Angst vor ihr haben, nutzt sie auch aus. So berichtet ein Reporter, Fendi hätte ihm und seinen Kollegen zugerufen, Der Reporter sagt, er hätte danach ein äußerst unbehagliches Gefühl gehabt. Auch im Gerichtssaal fällt Fendi auf, da sie ständig ihrem Mann Blicke zuwirft und ihn anlächelt. Fendi, ihr Mann Afandi und Juraimi Hassan werden unter der Sektion 302 des malaysischen Strafrechts angeklagt. Dies bedeutet, dass im Falle eines Schuldspruchs die Todesstrafe verpflichtend ist. Juraimi sagt vor Gericht gegen Fendi und Afandi aus und beschreibt alle Details der Tat, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dies seinen Schuldspruch abwenden könnte. Afandi bringt zu seiner Verteidigung an, Idris hätte ihm noch 2 Millionen Ringgit für die Talismane geschuldet, obwohl der Politiker ja eine spätere Zahlung mit dem Paar vereinbart hatte. Die Staatsanwaltschaft vermutet außerdem, dass das Paar für das Verschwinden von bis zu 3 weiteren Personen verantwortlich sein könnte. Da weder Mona noch ihr Mann allerdings dazu Aussagen machen und keinerlei Beweise vorliegen, bleibt es bei Vermutungen und die 3 Fälle können nicht mehr abschließend geklärt werden. Mona Fendi und ihr Mann Mut Afandi erhalten beide die Todesstrafe. Obwohl Juraimi gegen die anderen ausgesagt hat, erhält er das gleiche Urteil, die Todesstrafe durch Erhängen. Mona und Afandi sind zwar die Drahtzieher, die die Tat geplant und inszeniert haben, Juraimi aber hat den Mord mit der Axt ausgeführt. Nach dem Urteilsspruch verlässt Mona Fendi wie immer fröhlich lächelnd den Gerichtssaal und wird in ihre Zelle geführt. Der Presse gegenüber sagt sie, sie sei sehr glücklich und sie bedanke sich bei Malaysia. Obwohl alle Berufung einlegen und sich verschiedene Menschenrechtsorganisationen für sie einsetzen und um Gnade bitten, werden die Todesurteile aufrechterhalten. Die Hinrichtungen werden für den 2. November 2001 angekündigt. Am Tag zuvor dürfen Mona und Afandi sich für acht Stunden mit mehreren Verwandten und ihren Kindern treffen. Neben Ratschlägen an ihren Nachkommen, ein rechtschaffenes Leben zu führen, äußert Mona, sie würde niemals sterben, kurz bevor sie hingerichtet wird. Was sie damit genau gemeint haben könnte, bleibt unklar. Sollte es vielleicht bedeuten, dass sie keinen Selbstmordversuch unternehmen würde, trotz der bevorstehenden Hinrichtung? Oder meint sie, sie wird ewig leben, selbst wenn sie hingerichtet wird? Das würde aber nicht genau zum Wortlaut passen. Über diese Äußerung Mona Fandis rätselt die Presse noch mehrere Wochen nach ihrer Hinrichtung. Die Exekution findet wie geplant vor dem Morgengrauen und wie in Malaysia üblich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Jahr 2002 entsteht ein Kurzfilm über den Fall, der den Titel Mona trägt. Im Jahr 2006 dreht Dain Iskander Saeed einen Film mit dem Namen Dukun, der gängigen indonesischen Bezeichnung für einen Schamanen oder Bomo. Von dem Film wird angenommen, dass er auf dem Mord an Idris basiert, auch wenn Saeed dies nie öffentlich bestätigt. Da befürchtet wird, der Film könne negative Auswirkungen auf das Leben von Fandis Hinterbliebenen haben, wird die Veröffentlichung immer weiter zurückgehalten, bis er schließlich im Jahr 2018 in Malaysia im Kino gezeigt wird. Vielen Dank fürs Anschauen. Lasst gerne alles, was euch zu dem Fall einfällt, unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und bis gleich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020